Verlässlichkeit unserer Produkte ist bei uns oberstes Gebot. Um dem gerecht zu werden, gilt es eben auch in der Fertigung die Potenziale zu heben und das ist eben genau der Punkt, wo unser Digitalisierungsprojekt ansetzt, um unsere eigene Fertigung möglichst effizient zu gestalten. Mein Name ist Stefan Witt, ich bin bei KAMF zuständig für das operative Geschäft. KAMF, Schneid und Wickeltechnik ist einer der weltweit führenden Hersteller für Maschinen für die Schneid- und Wickeltechnik von bahnförmigen Materialien. Mein Name ist Marc Joubelius, ich bin der Waagleiter hier am Standort Indoor. Das Wichtigste bei uns im Werk ist die Optimierung der Durchlaufzeiten. Dreh- und Angelpunkt ist hier natürlich die Planung, die eine sehr hohe Komplexität darstellt. Mit dem GEMURI Planning haben wir ein Planungstool, wo wir gegen real begrenzte Ressourcen planen können und können somit unsere Aufträge priorisieren und auch in der richtigen Reihenfolge abarbeiten. Somit kann der Maschinenbediener die Aufträge abrufen, rückmelden und in unser System zurückgeben. Die Feinplanung basiert auf fertigungsrelevanten Informationen. Die nehmen wir aus 19 Maschinen, 11 Arbeitsplätzen, 4 Anwendungen und 600 Mappings. Mit der neuen CELOS-Version sind wir in der Lage auch über den Application Connector auf eigene Daten in unserem System zuzugreifen. Für unsere Wartungen und Dokumentationen setzen wir die Instandhaltungsplattform Werkblick ein. Der Mitarbeiter bekommt über den Werkskalender automatisch seine Wartungen angezeigt und kann diese dann sofort abarbeiten. Mittlerweile machen wir pro Monat ca. 100 Tagebucheinträge, die wir dann in dem Wartungskalender angezeigt bekommen. Wir haben jetzt schon 10 Maschinen in den Werkblick integriert, auch fremde Maschinen. Mit der Vernetzung von dem Gemori Planning CELOS-Werkblick ist das genau der Schritt Richtung Digitalisierung, um hier eben unsere Effizienz deutlich steigern zu können am Werk. Wir konnten bisher die Durchlaufzeiten über 30% reduzieren. Das heißt, für unsere Kunden sind auch Ersatzteile schneller verfügbar und am Ende ist ein zufriedener Kunde eben das Wichtigste, was ein Unternehmen braucht. Vielen Dank.